Cook, serve, delicious, Folge 42. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, letzte Folge, da war ich ein bisschen mit dem Kopf, sag ich mal, woanders und mich hat, glaubt, ziemlich aufgeregt, dass die Wette geglitscht hat. Deswegen war der Start in der letzten Folge nicht so gut. Ich finde aber, man hat gemerkt, wie ich extrem gekämpft habe am Ende und echt noch das Ruder rumgerissen habe und noch einen guten Tag hatte. Heute möchte ich auf jeden Fall die Pizza kaufen, aber jetzt schauen wir erst mal, was wir an E-Mails haben. Baked Potato Upgrade. Ist das Pommes frites oder ist das, bin ich jetzt gar nicht sicher. Crazy Dave's Bed, ja, vielleicht diesmal ohne Glitch. You seem to be a good chef, but I don't think you're a good bartender. Also er denkt, ich bin ein guter Koch, aber kein guter Barkeeper. I want you to make 20 perfekte Orders today with the beer in your active menu. Na, das ist ja wohl easy. 20 perfekte Orders und ich muss halt einfach Bier in meiner active menu haben. Also das kriege ich ja wohl hin. Vielleicht glitscht es ja diesmal nicht. Und etwas ist Roger, das trifft sich. Dann kann ich nämlich das Bier dafür reinmachen. Dann machen wir mal Steak und Burger raus. Machen wir das Bier rein. Und den Fisch, würde ich sagen. Ja, doch. Und wie versprochen, kaufe ich jetzt die Pizza. Das heißt, wahrscheinlich werde ich den Fisch gar nicht drin lassen. Wir gucken mal. Da habe ich nämlich jetzt Bock drauf. Das erinnert mich immer wieder an Pizza Connection. Deswegen werde ich euch das jetzt mal vorlesen. Also quasi der leckere italienische Dish, also die Speise mit ihrer gebackenen Kruste, dem Renn meinen die halt oder wahrscheinlich den Teig. Und die verschiedenen Arten der Beläge ist, ja, praktisch in jedem Restaurant der Renner. Whatever, it's a simple pepperoni pizza with smooth Italian tomato sauce. Also entweder es ist einfach, oder selbst wenn es einfach nur eine Peperoni-Pizza ist mit Tomatensauce. To a more complex bacon, mushroom and onion pizza. Oder wenn es halt eine komplexere Speck und Pilze und Zwiebel-Pizza ist. You will be making dough in both the kitchen and the register. Ah ja, und du machst den Teig in der Küche sowohl als auch in der Kasse. Verstehe ich nicht ganz, weil warum Teig in der Kasse? Vielleicht ist das ein Slang für Geld, so wie Kohle. More ingredients are being shipped from various countries to expand your pizza line in the future. Also aus verschiedenen Ländern werden immer mehr Zutaten quasi dir geliefert, um das Ganze auch immer noch ausgefallener zu machen in der Zukunft. So order this starter kit today. Bestellen Sie das starter kit noch heute. Das klingt doch schon mal vielversprechend, da läuft mir ja allein bei dem Gedanken schon das Wasser im Munde zusammen, wie so oft. The order includes a surplus of pizza crust, also es enthält, ja, Pizza Kruste, ich denke mal der meint eher Teig, tomato sauce, also Tomatensauce, Peperoni, Käse, ja, Fleisch, Speck, Pilze, Zwiebel, Oliven und zwölf Recipe Cards. Das werden wir auf jeden Fall kaufen, da habe ich Bock drauf. Hoffentlich haben sie sich was dabei gedacht oder sich was einfallen lassen. Ich würde aber sagen, wir üben das vorher, mal zu gucken, ja, wie das funktioniert. Weiß ich nämlich nicht. Ja, gespannt. Bestimmt kompliziert. Pizza is a classic dish that's easy enough to prep. Also, Pizza ist ein klassisches Gericht, das, ja, einfach ist, es vorzubereiten. But has many ingredients. Ja, hat aber viele Zutaten, klar, viele Variationen. You can switch between the ingredients with the spacebar or shift key. Okay, mit der Leertaste könnte ich so ähnlich wie beim, obwohl, ne, ich wollte sagen wie beim Wein aufmachen, stimmt gar nicht. Auf jeden Fall kann man mit der Leertaste switchen. Ich weiß nicht, mal gucken mal. Okay, das ist der Pizza Boden. Ähm, hier steht nichts mehr Neues. The PCGB Pizza. Okay, Tomato Sauce, Cheese, Pepperoni, Bacon and Onions. Ah, Onions. Okay, seht ihr, ich kann hier so, aber da gibt es zum Glück nur zwei Arten. Das ist einfach eine, ja, was ist das? So Pepperoni Pizza und das ist mehr so eine Olivenpilzpizza, so wahrscheinlich vegetarisch. Man muss halt hier gucken, wenn hier natürlich Bacon steht, ist es das hier. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge wichtig ist. Das wäre Tomatensauce, Käse, Pepperoni, ähm, Bacon. Ah, dann muss ich so machen. Oh, das ist aber auch nicht einfach. Okay, und dann ist es auch schon fertig. Dann muss man es nur noch servieren. Ja, die einzige Schwierigkeit ist da quasi, dass man listenweise Zutaten hat. Wie beim Salat oder so, aber nur, dass man blättern muss. Okay, man guckt einfach. Just the cheese, please. Nee, ist ja gut, das ist natürlich jetzt. Aber ich denke, das kriege ich hin. Aber es ist, ja, man muss schon sich konzentrieren, vorsichtig gesagt. Ein der Große kannst du mir jetzt noch geben. Ich will mal wissen. Tomato Sauce. Ein Cheese, ja gut, er macht es mir jetzt natürlich sehr einfach. Kann ich dich mal raushauen. So, jetzt komm. Gib mir mal was Richtiges. Okay, das ist Tomato Sauce, Cheese, Pepperoni, Bacon, ja, da muss ich wieder switchen. Onions. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Das ist einfach, ich glaube nicht mal, dass die Reihenfolge wichtig ist. Ich weiß es aber nicht. Ich denke, das bekomme ich hin. Ist aber cool, kann man auch upgraden, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir jetzt noch nicht. Ähm. Ja, doch. Ich mach mal, Bier muss ich drin lassen. Ich mach mal den Salat raus. Weil Pommes und Fisch ist einigermaßen einfach. Mach mal's mal so. Na, das droppt man den Bass. Echt? Also, euch kann man's aber auch nicht recht machen, hab ich das Gefühl. Also, euch, äh, Customer, nicht ihr, als euch. Ich werde das verstehen. Ähm, hab ich sonst noch was? Nö, ich muss die Wette gewinnen, falls das diesmal auch richtig zählt. Und sonst kann ich den Tag, glaub ich, schon krachen lassen. Hat das hier irgendwas gebracht? Eigentlich nicht. 18er Perfect Combo hatte ich aber so gesehen, das letzte Mal auch. Na, dann starten wir den Tag. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. 12er Combo. Da steht's auch dran. Beim letzten Mal bei den Einnahmen stand überhaupt nichts dran. Nicht mal ein bisschen. Ich glaube, das hat geglitscht. Oder ich hab's vielleicht irgendwie... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich weiß es wirklich nicht. Aber die Einnahmen haben gepasst. Das war viel genug. Aber vielleicht muss das aus einer speziellen Bestellung sein. Oder ich hab keine Ahnung. Ich denke, es war ein Glitch. Lässt sich aber nicht mehr ändern. Na, Fisch ist einfach. Deswegen hab ich ihn eingepackt. Aber seht ihr, die Tussi hier zum Beispiel. Ich hab die vorher nie gesehen. Das sind neue Customer. Ganz neu. Oh, oh. Ich glaub, ich hab jetzt was falsch gemacht. Verlaute schnell, schnell. Oh, 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 oh. Das war, glaub ich, schon der erste Fehler. Äh, jetzt war ich so schnell, dass ich, glaub ich, hab vergessen, irgendwie zu würzen oder sowas. Damn it. Ja, ich muss mich dringend, ähm, konzentrieren. Das war auch schon wieder falsch. Ich muss mich dringend konzentrieren. Okay. Tomato sauce, ähm, Cheese and Pepperoni. Ach so, so. Ja, ich hab momentan, ich hab morgen einen richtig schweren Tag vor mir, einen richtig schweren Gang. Und deswegen, ich hab's ja in der letzten Folge schon gesagt, es wird mir etwas schwer, aber ich wollte euch nicht im Stich lassen. Tomato sauce, Cheese, Sausage, Mushroom, Olives, Onions. Ähm, tomato sauce, Cheese, Bacon and Mushrooms. Ja, es ist natürlich, jetzt geht mir natürlich die Toilette raus, kann ich jetzt aber auch nicht machen. Oder ändern. Ich glaub nicht, dass es dazu zählt. Es wird auch immer schwerer, ganz ehrlich. Es wird immer schwerer. Ähm, Large Tea with Ice. Medium Tea with Ice. Ich hatte vorhin eine Taste gedrückt, ich dachte, ich hab die S-Taste erwischt, aber das war eine falsche Taste. Was ist der, ähm, Cheapest Wein? Es werden auch immer mehr Leute, gell? Tomato sauce, Cheese, Sausage, Mushrooms, Olives, Onions. Cheapest Wein, okay. Ist echt eine Einspielsache, teilweise. Medium Cola, no ice. Ähm, nur Cheese, ohne Tomate oder was? Anders lahm, kann man machen. Small Cola with Ice. Ich glaub, ich schaff das mit der Combo. Large Cola with Ice. Ich weiß gar nicht, ob bei der Combo auch der Quatsch hier dazu zählt. Wir werden sehen. Ähm, with Seas out, okay. Seas out, okay. Nein, ich hab... Ist nicht dein Ernstspiel. Okay, nicht aufregen. Ich bin mir Kopf nicht bei der Sache, ich sag's nicht ganz ehrlich. Ich mach das eigentlich gar nicht so gern, aber in der letzten Folge hab ich sogar mal ein bisschen drüber gesprochen. Also einfach die mal anschauen, wenn du wissen wollt, warum... ...wenn er's nicht eh schon gemacht hat. Muss ich mich echt zusammenreißen. Muss mich echt zusammenreißen jetzt. Aber bis der Morgen entscheidet sich ein Großteil vom Rest meines Lebens. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Meine Existenz ist on the line. Ich hab auch nicht nur in der letzten Folge drüber gesprochen, sondern auch in meinen Infovideos oder auch Podcasts könnte man sie nennen. So speziell so Ende letzten Jahres, die Podcasts, dann wisst ihr in etwa, um was es geht. Und morgen ist dieses... diese Sache. Also zumindest ein Teil davon, wo es sich dann mit entscheidet und ich bin einfach... Naja, ich weiß auch nicht. Ich will nicht sagen, dass ich Angst habe, aber mir geht's einfach nicht gut. Aber ist jetzt auch egal. Warum soll's jetzt gar nicht gehen? Ich will euch Spaß bringen und eigentlich runterziehen. Deswegen will ich da auch nicht drauf eingehen, aber entschuldigt, wenn's heute vielleicht nicht so gut ist. Ich drehe das ja alles am selben Tag, so wie die letzte Folge. Large Cola, no ice. Large Cola, no ice. Tomato sauce and cheese. Tomato sauce, cheese, pepperoni and sausage. Cheapest wine. Ich hab's fast geschafft mit der... mit der Wette wesens. Small Cola, with ice. Tomato sauce, cheese, pepperoni and sausage. Large Cola, no ice. Tomato sauce, cheese. Mushrooms, mushrooms, olives, onions. Just cheese. Cheapest wine. Hoffentlich kriegt man dennoch rechtzeitig auf. Aber ich hab die Komponentor eh schon geschafft, oder? Na nicht. Oder täusche ich mich? Eigentlich schon. Cheapest wine. Ich denke ja, 26er kommen oder... Oder zählt das jetzt schon wieder nicht. Würde mich ja nicht wundern. Es würde mich nicht wundern. Cheapest wine. Ich mein, es ist schon eine 30er-Kombo, wenn das nicht reicht. Ähm, tomato sauce, cheese. Also dafür, dass es mir heute nicht gut geht, fand ich, habe ich es immer noch ganz gut gemacht. Oder was meint ihr? Ein, zwei Mal ein bisschen unkonzentriert, das war's. Und uneingespielt. Müsst ihr die Wette geschafft haben. Müsst ihr die Wette geschafft haben. Das war, glaube ich, das Average, das war auch schon alles. Also, es wird hier links auch immer schwieriger. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich nur noch Perfect Days mache. Also, ja, es ist nicht einfach, glaubt mir. Das sieht einfach aus, aber... Ist es nicht. Und hier steht jetzt auch, you want Crazy Dave's Bed. Also, diesmal hat's funktioniert. Das freut mich, das freut mich. Weißens was. Das sieht man auch am Konto. Aber ja, soweit, meine Freunde. Das war doch okay. Die Pizza ist dabei. Fand ich cool. Obwohl ich es mir ein bisschen ausgefallener vorgestellt habe. Ich dachte, man muss das irgendwie belegen. Vielleicht bei der Maus die Salami drauf machen oder sonst irgendwas. Aber sei's drum. Das war's auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe, in der nächsten geht's mir wieder ein bisschen besser. Oder vielleicht viel besser. Je nachdem, wie das ausgeht morgen. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.